Ich glaube, ich habe vier Stunden, viel zu viel. Ja, also TikTok zum Beispiel am Abend. WhatsApp, Instagram und YouTube sind die ersten drei Plätze beim Internet-Jugend-Monitor. Wir sind auf den Straßen unterwegs und fragen die Leute, was ihre meistgenutzten Apps sind und wie ihre Screentime so ist. Bei mir ist es vier Stunden 50 mit Instagram auf Platz 1, TikTok auf Platz 2 und Snapchat auf Platz 3. Mal sehen, was sie so sagen. Welche Social Media Apps nutzen sie am meisten? Also wenn WhatsApp zählt, wahrscheinlich WhatsApp. Ansonsten, ich meine, ich glaube, fast alle in meinem Umkreis benutzen mittlerweile Reddit. Instagram, Messenger und vielleicht B-Real. Instagram und TikTok. Instagram, hauptsächlich, sonst einig wie ich. Ich benutze nur Instagram. Am meisten scheine ich WhatsApp, Instagram und ja, Discord bin ich auf jeden Fall unterwegs und YouTube. Könntest du deine Screentime mit uns sharen kurz? Ich habe sieben Stunden und 16 Minuten gestern gehabt und meine meistgenutzten Apps sind TikTok, Snapchat und Instagram. Reddit. Aber habe ich auch vergessen, Discord benutze ich noch. Und WhatsApp. Instagram, WhatsApp und Safari. Actually. Das waren ja mal ein paar spannende Einblicke. So, jetzt geht es um euch. Welche Apps nutzt ihr am meisten? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.